Guten Morgen ihr Lieben. Es ist doch mitten in der Nacht. Naja gut, es ist halb sieben. Ich glaube es ist ein Termin um sieben beim Frauenarzt. Das heißt ich muss in spätestens 20 Minuten los. Und zwar, es gibt was in der Schwangerschaft. Das nennt sich Schwangerschaftsdiabetes. Das heißt man hat nur in der Schwangerschaft Diabetes. Da muss ich jetzt so nen Zuckertest machen. Man hat mir gesagt ich soll vorher was essen, aber es darf nix süßes sein. Also esse ich jetzt Brot ohne Marmelade oder so, weil Wurst und Käse und so mag ich in der Früh nicht. Also esse ich jetzt einfach ne trockene Scheibe Brot. Obwohl das Brot lecker ist. Und trink ne Milch dazu. Man muss so ne Zuckerlösung schlucken und dann soll die besser verträglich sein. Sonst kann es mir schlecht wird davon. Hab ich keine Lust drauf. Und das blöde ist, also es wird zusätzlich noch ein Ultraschall gemacht. Ich glaub unser zweiter, dritter Ultraschall. Und das kleine Bibi ist ja doch schon relativ groß. Und ich denke man wird relativ viel sehen. Und blöderweise, ich hab den Termin um sieben und gesagt, ich muss um kurz vor sieben gerade arbeiten gehen. Das ist voll schade. Und jetzt hoffe ich, dass ich das bisschen aufnehmen kann. Und dann könnt ihr das sehen. Das wär doch mal toll. Jetzt ist mir nur aufgefallen, da mein Handy immer alles auf, auf das Handy selber speichert, auf die SIM-Karte. Und irgendwie ich es noch nicht hingekriegt hab auf die, auf die Speicherkarte umzustellen. Ich hab das mal versucht, ich hab es nicht hingekriegt. Ich hab gesagt, er soll mir helfen, aber irgendwie hat das nicht gemacht. Ähm, jetzt will ich noch ein bisschen Platz schaffen. Jetzt muss ich mal hier noch ein paar Fotos und Videos vom Handy runterziehen. Damit ich Platz habe, um ein Video von dem Ultraschall zu machen für euch. Genau. Jetzt ist es 6.33 Uhr. Jetzt mach ich mal hinne. Und dann muss ich mein Brot aufessen. Und dann geh ich mal Xarok wecken. So. Aktuell hab ich wohl 607 MB verfügbar. Die SD hätte noch, keine Ahnung, 40 GB oder so frei. Das soll jetzt 35 Minuten dauern, das verschieben. Das wär zu lang. Das schaff ich nicht. Ähm, dann gehen wir jetzt mal Xarok wecken. Vielleicht kann der mir helfen, das auf die SD umzustellen. Ich weiß nicht, wie das geht. Nein, nicht auswerfen. Halt. Das wollte ich nicht. Bereitstellen. Toll, das hab ich schon mal hingekriegt. Das hilft mir aber nix. Gehen wir mal aufwecken. So. Mal schauen, wo ist der Nachtsichtmodus? Hier. Jetzt bin ich gleich dunkel. Die Hunde sind auch bei ihm. Ich hab 8 GB hingekriegt. Das sollte für ein Video reichen, hoffe ich. Sehr gut. Ich hör auch schon Xarok irgendwo rumlaufen. Da ist er ja. Guten Morgen. Hi. Hallo. Wie geht's? Gut. Müde. Luftwoll. Hast du gerade die Treppe gelaufen? Ja. Sehr gut. Zu viel. Zu früh. Zu viel Action. Sorry. Ja, alles gut. Ich hab 8 GB passt. Können wir später machen. Was ist das jetzt hingekriegt? Ich hab ein paar Videos runtergelöscht. Ach so. Ein paar viele. Ein paar viele. Genau. Ich muss auch gleich los. Ja, das ist okay. Und du auch. Ja. Ich fahr früher los, wie gewünscht. Genau. Ich schick ihn nämlich früher aus dem Haus in der Hoffnung, dass er früher fertig ist. Dass die Kinder schon an der Bushaltestelle stehen und dass ich schon früher die Kinder aus dem Bus schmeißen kann, damit ich früher bei dir sein kann. Ja. Und du vielleicht den Ultraschall noch miterlebst. Genau. Ich hab noch was zu essen im Mund. Ich muss dich. Schossen. Toll. Okay. Dann viel Glück, dass du es schaffst. Ja. Bis später. So. Das dauert wohl noch ein bisschen. Gerade kam sein Vater raus. Nicht sein Sohn. Und der ist jetzt zum Bäcker gegangen. Meistens sind die hier ziemlich genau oder sogar noch hinten raus. Ich stand schon mal 10 Minuten hier zu lange. Und dann kam sein Sohn raus und ist zum Bäcker hinten gerannt. Die holen sich jeden Morgen beim Bäcker. Ich weiß gar nicht, wie wir das hinkriegen können. Also ich könnte mir das nicht leisten. Aber ich will auch nicht urteilen oder so. Aber trotzdem. Ja. Und dann wartet man hier. Ja. Und eigentlich sollen wir nur 5 Minuten warten. Also drüber hinaus. Und ja. Da das der einzigste war an dem Tag, hab ich gedacht, ja gut, dann warte ich das jetzt auch noch ab. Auf jeden Fall kam er dann zurück. Der kleine Junge ist da wieder reingegangen. Hat die verschiedenen Brottüten verteilt. Und ist da mit dem Schulranzen raus. Und dann war es irgendwie 15, 20 nach oder sowas. Also ja. Genau. Aber da kommt schon sein Vater wieder. Es könnte sein, dass der Sohn gleich auch rauskommt. Yeah. So. Wieder zu Hause. Jetzt hat er sich so abgehetzt. Und es war doch kein Ultraschall. Ich hab extra am Telefon nachgefragt. Boah, das kann man raschen. Ich hab extra am Telefon nachgefragt, ob Ultraschall ist. Und dann hieß es ja, weil der nächste Termin ja erst in 4 Wochen ist. Und die Ärztin sagt dann, nee, heute ist kein Ultraschall. 4 Wochen ist ja eh krass. Das ist ja eh ganz schon fast bald so. Fast am Ende. Ja, ja. Gut. Aber in 4 Wochen ist der Termin später. Da müsstest du Zeit haben. Ja. Also wenn ein paar Blitzermeldungen kommen und so. Ja, super. Dann weiß ich nicht Bescheid, warum. Nein, Spaß. So übertrieben habe ich es dann auch nicht. Nein, Spaß. Na ja, jetzt hat man mir wieder drei so abholen Blut abgenommen. Ich weiß nicht, warum die immer mal Blut haben wollen. Ja, weil es gut das Blut ist. Die Mücken wollen sie einmal. Ja, morgen erfahre ich jetzt dann, ob ich Schwangerschaftsdiabetes habe. Ich hoffe nicht. Weil sonst kriege ich so ein 5-Kilo-Baby. Ach so, echt? Ja, Schwangerschaftsdiabetes ist nicht gut fürs Kind, weil es dann zu sehr zunimmt. Und dann sind dann diese 5-Kilo-Brocken. Da muss man dann... Ja, nicht unbedingt fett, aber einfach... Die wachsen dann zu schnell. Ach so, okay. Und dann... Also, dann kannst du es auch nicht mehr natürlich auf die Welt bringen. Das ist dann meistens ein Kaiserschnitt. Und spürt man es selber schon irgendwie? Mhm. Die nimmt nämlich viele Süßigkeiten zu sich vielleicht. Das hat damit, glaube ich, gar nichts zu tun. Nee. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Äh... Was wollte ich denn sagen? Ich wollte eigentlich nur noch ergänzen. Wenn man das rechtzeitig... Sie hat auch Kopfdiabetes. Das... Das nennt man Schwangerschaftsdimenz. Schwangerschaftsdimenz hat sie. Ähm... Wo ist der Ausgang? Warte, jetzt vergesse ich es gleich wieder. Entschuldigung. Ich wollte nur noch ergänzen. Wenn man das rechtzeitig weiß, ob man Schwangerschaftsdiabetes hat, dann kann man da ein bisschen die Ernährung und so anpassen. Und dann kann man dafür sorgen, dass das Kind nicht so groß wird. Also weniger Süßigkeiten. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich mehr... Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Ich habe mich nicht so genau erkundigt, weil ich hoffe, dass ich es nicht habe. Nein. Bist brammelgesund. Weil man dann hofft, dass das Kind eben nicht so groß und schwer wird und dass man es dann noch natürlich zur Welt bringen kann. Kann man das nicht vielleicht schon am Barumfang messen? Ich glaube, jetzt noch nicht. Das sieht man gar nicht. Im Vergleich zu deinem. Boom. Okay, das will jeder sehen. Unbedingt. Kannst du rausschneiden. Mal gucken. So. Ja. War jetzt wahrscheinlich mega spannend. Naja, dann gibt es in vier Wochen Ultraschalltermin. Vielleicht können wir das ja, wenn wir dran denken, mal mit dem Handy bisschen aufnehmen und euch mal zeigen. Ja. Wobei das Kleine dann wahrscheinlich schon gar nicht mehr ganz drauf passt, weil das Kleine ja dann schon so groß ist. Achso, du meinst aufs Bild. Aufs Ultraschallgerät, ja. Mhm. Naja, gut. Schauen wir mal. Vielleicht interessiert es sich ja trotzdem, was so passiert in der Schwangerschaft. Und ich habe vor der Schwangerschaft auch nichts von Schwangerschaftsdiabetes gewusst. Finde ich sehr interessant. Nur von Schwangerschaftsdemenz habe ich viel gehört. Das geht auch, also wenn man das jetzt hätte, geht es auch nach der Schwangerschaft wieder weg. Also... Die Demenz? Ja, die auch. Die Diabetes. Achso. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann Diabetes habe oder so, sondern das ist nur in der Schwangerschaft. Schon komisch. Voll seltsam. Voll verrückt, was die Hormone so machen. Und so. Naja, gut. Dann... So. Langer Tag noch voraus. Jawoll. Wir gehen jetzt arbeiten. So irgendwie. Tschüss. Tschüss. Tschüss.